Lalalalalala Prost zusammen Zum Wohle Und ab da draußen Yeah, yuppie Yeah Das war auch so ne fiese Stelle beim ersten Mal Hey, wo willst du hin? Bleib stehen Damn Das kam so überraschend Wie man das erste Mal gespielt hat Das ist so fies Ähm, wir mussten glaube ich Warte mal, jetzt müssen wir die erst vorbeilaufen lassen, weil die hauen sonst ein I don't hurt anymore The heat is hunting Lalalalalala Ciao Was sagst du heute noch? Ähm Es wird noch ein paar Sachen geben Es wird Soma geben, es wird ähm Daylight wirds geben, Until Dawn wird auch noch kommen Also, voll pickepacke voll Leute Die Let's Play Live Show mit Horror Games Hier haben wir um 20 Uhr angefangen Wie es immer so ist hier Get back Get back Get back So Wir sind draußen im Wald Was, ich streame manchmal selber und äh, das geilste ist ein aktiver Chat Ja Das ist schön beim stream finde ich auch Das ist echt cool Dass man so interagieren kann Fand ich auch gestern sehr, sehr geil Wir haben gestern so Escapists gespielt Fand ich so cool, dass da jeder so im Knast so seine Aufgabe hat Und dass sie sich untereinander geprügelt haben Fand ich sehr lustig Ähm Die kamen jetzt hier, ne? Hallo meine Freunde Na ihr? Alles klar bei euch? Lange nicht gesehen, aber doch wiedererkannt So Ja, 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 ja Geh weg Eigenwerbung, Eigenwerbung, Eigenwerbung Kleiner Spaß Die, 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 die Ist eigentlich jemand von meinen Bots heute hier? Ich glaube Äh, nicht von meinen Bots, von meinen Mods Mods, 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 Mods Ich glaube nicht Ich glaube die haben sich alle irgendwie verkrümelt Die Mods Es, everybody is hunting Ich schau mal eben in den Chat gerade mal rein In den, in die Zuschauerliste Nö, keiner da Lalalala War ja irgendwie klar War ja irgendwie logisch Gut, der eine Mod hatte sich ja abgemeldet, dass er irgendwie nicht kann War ja irgendwie klar So, und die anderen beiden weiß ich nicht wo die sind Die müssen wahrscheinlich Kaffee trinken Oder was spielen, wahrscheinlich Rocket League Der eine, der eine wahrscheinlich WWE vielleicht Ich weiß es nicht Kerze, bleibst du mal an? Es ist ein bisschen dunkel hier Ja, gestern der Escapist War toll Hust Hust Alter, lass mich los Hust 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 Na Na So. Also, weiter geht's. Huh. Ich lag auf dem Boden. Verdeh ich nicht. Das Merkel ist wieder da. Ciao. Is coming. The hunting is coming. Was, beim nächsten Versuch ist Looper mal schwarz, dann gewinnt die mal. Verdien ich. Attention, attention. Hallo, bist du mich mal durch? So. Ja, ja. Du mich auch. Kein Kommentar. One of them is coming. It's not even here anymore. Hm. It's not human anymore. Oh, oh, nein, nein. Scheiße, ich seh nix. Scheiße, ich seh nix. Scheiße, ich seh nix. Fuck. Da hab ich im schlechtesten Moment nachgeladen, die Batterie. So, jetzt kommt der Außenbereich. Ja, genau. Hm, 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 hm. D, 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 d. Ladewildschirm. So. Also, ich war schwanz und hab nur gewonnen. Was? Was? Irgendwie ist das jetzt gerade dunkel geworden hier wegen meinen Dings, wegen meiner Kerze. Ist irgendwie ausgegangen. Es ist sehr, sehr merkwürdig. Kann man das, sieht man das so ein bisschen hier, den Rauch gerade? So. Lalalalala. So, jetzt müssen wir erst in den Keller. Jetzt kommt da die Hin- und Herrennerei. Könnte man sich eigentlich auch Zeit sparen, wenn der Typ das einfach nur anlassen würde. Ähm, hallo? Ich seh nichts. So. Nein, es lau... Ach, können wir auch noch die Büsche nicht durchrennen. Stimmt, da war ja was. Ich hab's vergessen. Lalalalalalalala. So. Was? Ich wette, wenn ich... Was ist was? Schwarzes lieg ich auf dem Boden. Und du nicht. Das werden wir sehen alles. Beim nächsten Mal. Beim nächsten Knast machen wir das dann mal. Also, wenn wir dann nochmal ein Gefängnis machen. Dann ändern wir das natürlich mal. So. Willkommen zur Let's Play Live schon. Alle neuen Zuschauer jeden Freitag, Samstag, 20 Uhr. So. Aua. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao. 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 dann sind wir noch? Nö, ne? Okay. Gott sei Dank. So, ich muss mal eben mal eben was gerade mal klären. So. Und weiter geht's. Warte mal, hier war der Eingang, ne? Genau. So. Immer auf, immer auf, was? Immer auf, super? Was? Ach ja, gleich kommt der Dachboden noch, ne? Stimmt. Das kommt ja auch noch. So, ich bin gerade mal mal gucken, wie lange wir jetzt schon brauchen für das DLC. Auf jeden Fall ist das schon unter einer Stunde. Ja, um 8 nach haben wir angefangen, ne? So, sind das bei 35? Auf jeden Fall noch unter einer Stunde. Bin mal gespannt, wie lange wir dafür brauchen. Also unter eine Stunde wird's auf jeden Fall bleiben, glaube ich, das DLC. Glaube ich zumindest. Obwohl, der Meister Eder kommt ja auch noch, ne? Der kommt nach dem Dachboden eigentlich schon. Dann sind wir schon fast so gut wie durch. Theoretischerweise. Wenn wir den Meister Eder schaffen. Ohne Hindernisse, ohne alles. So. Anstatt da, als ich jetzt umgucke, nach oben klettert. Nein. Bleib hier erstmal hängen. Toll. So. Naja, wenn du im Knast aufwuchst, gibst du auf die Fresse. Das ist schon allerdings. Da muss ich ihm recht geben. So. La, 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 la. Ja, komm, steh auf da. Keine Zeit für sowas. Don't need any sisters. So. Warte mal, wir müssen hier durch. If we have a visitor. What in creation. Du, 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 dieota- Ich war noch eine Batterie, ne? Die nehme ich noch eben mit. Warte eben. Die Batterie würde ich noch mitnehmen. Neh mit. Sehr schön. Gleich wieder da, Jo, bis gleich. So, steh auf. Steh auf. Steh doch. Mein Gott, steh doch einfach auf. Du, 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 du. Ein Gifft für die Groom. So. Hm, 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 hm. Wer ist das? Da ist Hitman. Hat sich aufgegangen. Kam in seinem Leben nicht mehr klar. Mr. Hitman. So. Ja, 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 ja. Schön. Erzähl das jemand anderen, der hier oben rumläuft, aber nicht mir. Ich hab keine... Ich hab keine Zeit dafür. Inside the walls. Kill him. So. Wir müssen uns eigentlich, wie gesagt, ist eigentlich nicht mehr viel zu tun. So viel kommt da jetzt nicht mehr. Wow, hallo? So, wir müssen hier lang, da müssen wir hier lang, da müssen wir hier lang. War kurz weg. Ah, okay, alles klar. Schön, dass du wieder da bist. Schön, dass du da bist. Hallo, hallo. So. Guten Tag. There he is. What do you think? Wow. Ciao. Na, hier kommt die Braut. Hier kommt ihre Braut, Mr. Glaskin. So. Looper googelt jetzt was? Kontersprüche. Nein, ich glaube nicht. Keine Batterie? Nein. I have my mother. All do. Get married. La 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 la. Null Schiss? Hm, ne. Ich hab das Spiel ja schon zigmal durch. Darling. Ah, mein Scherzelein. So. Ah, ich find die Soundkulisse bei dem hier voll geil. Also der Soundtrack ist so geil bei ihm. Der ist so geil bei ihm. Der Soundtrack. Ich liebe den. Ja. Ciao. Puh, das war knapp. Ich hab die Türen öffengelassen. Wo ist der Boy? My Mother. All do. Sing to me. Hast du YouTube-Channel? Ja, hab ich. Schaust du unten einfach in dem orangenen Balken oder gibst einfach ein Ausrufezeichen Werbung zusammengeschrieben. Da findest du dann meinen YouTube-Channel. Der Nightbot schreibt das dann. Reflex G-E-E-R. Wie gesagt, steht unten auch. Oder halt Ausrufezeichen und Werbung schreiben. Jetzt muss ich mich ein wenig konzentrieren, damit ich ja dem Meister Eder keinen Fehler mache. Weil der Wahnsinns-Modus kostet ein Fehler richtig viel. Denn, äh, das wäre nicht sehr förderlich und nicht sehr gut. Darling. Ja, ja. Na, mach die Tür auf. Uh, I want you. Aber nicht heute. Aber nicht heute. Du kriegst mich heute nicht. So. Uh. Ja, ja, ja. Du würdest eher sterben, als mit mir zusammen zu sein. Ja. Then die. Okay. Zockst du auch GTA? Ja. Aber in der letzten Zeit sehr selten. Ich hab's wieder von der Festplatte runtergeschmissen. Weil es gibt immer so Phasen, da haben wir mal Bock auf GTA. Und da hat man mal Phasen, da haben wir gar keinen Bock auf GTA. Und deswegen ist es bei mir momentan auch nicht mehr auf der Platte. Und irgendwann hab ich dann irgendwann mal wieder Lust auf GTA. Dann installier ich's wieder. Aber momentan... Momentan eher weniger. Ah, jetzt kann man ein kleines Päuschen machen, wenn wir wollen. Weil es kommt eine Szene, die dauert ein bisschen länger. Für alle, die unter 18 sind, bitte raus. Weil die Szene ist doch eher so sehr brutal. Deswegen würde ich sagen... Sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Ach nee, warte mal. Moment. Scheiße, ich muss ja noch hier an die... Oh. Jetzt aber. Bis gleich. Piepipuppuppause. Chipsuppause, Trinkholpause. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Tschüss. Bis gleich. Bis gleich. Ich will nur sagen, dass ich entschuldig bin. Ich weiß, wie ein Mann bekommt, was er will wissen. Aber nach der Ceremonie habe ich eine Frau von Ihnen gemacht. Ich wünsche mir, dass ich einen anderen Mann sein werde. Ich will eine Familie, eine Geschichte, sein Vater, den ich nie hatte. Ich werde nie etwas passieren, um unsere Kinder zu tun. Nicht so. Ich weiß, dass Sie sich nicht mehr als ich, um unsere Liebe zu machen. Aber ich will, die Antisipation. Hier, meine Lieblings. Das wird dir helfen. So, dann bin ich wieder. Der hat doch, der hat doch einen Schatten, oder? Ich bin so sorry, Darlene. Liebe ist für alle. Liebe ist für alle. Nicht für alle. Let's do this. So, bisschen blöber, bisschen blöber. So, ich schau mal eben ganz schnell auf mein... Schau ich jetzt mal eben auf mein Zettel hinzuschauen, oder kommt jetzt... Ach, hier kommt schon die Szene, ne? Ach, nee, doch nicht. Ich schau mal eben. Warte mal. Ich hab so einen schönen Streamplan. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Ich hab ja so einen schönen, ne, mein Streamplan aufgeschrieben heute. Aua, der tat weh. Den find ich sehr fies, der jetzt kommt. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Aua. Puller-Alarm. So, ich guck nach da. Puller-Alarm. Du Drecksack. Uh. Jetzt. Ja, 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 ja. Es dauert nicht lange. Ein paar Schnitte ins Fleisch hier und hier. Schneiden wir alles vulgär weg. Ein weicherer Ort, um meinen Samen zu empfangen. Um unsere Familie zu zeugen. Ja, Elgato, ja. Ja, ich hab ne Elgato. Nein, 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 nein. Boah, Alter. Hu. Da komm ich mal ein bisschen ins Schwitzen. Zack. Komm zurück her. So, schnell anziehen wieder. Kamera nehmen und weg hier. Ciao. So. Jetzt aber auf geht's. Scheiße, wir haben gar keine Batterie, ne? Stimmt. Stimmt ja, da war ja was. Was sagst du eigentlich dazu, dass, äh, dein PT-Video ist riesig zu 5000 Klicks. Boah, ey, da bin ich total überrascht. Also, da muss ich echt sagen, vielen lieben Dank für alle, die draufgeklickt haben. Tschau. Vielen lieben Dank, die alle da draufgeklickt haben. Also, da bin ich echt überwältigt, dass das so viele Klicks hat. Boah, lauf, 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 lauf. Huuu, la, 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 lauf, 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 la Man muss mal jetzt noch ein bisschen drauf achten. Er humpelt ja jetzt, ne? Durch den Sturz in den Fahrstuhl und alles. Und hier. Und ich sag euch auch, warum gleich. Ja? Gleich. Kommen wir gleich wieder nochmal drauf zurück. Nur nochmal festhalten. Er humpelt jetzt, ne? Weil ja, diesen Splitter vom Aufzug da im Bein hatte und alles. Und deswegen humpelt er. So, einmal kurz nachladen. So. Dann müssen wir einmal in die Küche. La, 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 la. So. Pitch, patsch, 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 patsch. When I was a boy, my mother would do. Sing to me. Get married. La, 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 la. Alter Finde. Die hatten schon alle versucht, zur Frau zu machen. Wie lange brauchst du noch? Äh, bis du fertig bist. Mit dem DLC bin ich gleich durch. Aber ich denk mal, so gegen 10 bin ich fertig. Get married, sunscreen. Oh, have you. Ja. Danke. Tschüss. So, jetzt noch einmal haarige Stelle. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Wow. Wow, ciao. Ja, 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 ja. Ciao. Lauf, 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 lauf. Boah, der kriegt uns 100%. Die kriegt er uns mit Sicherheit. Der kriegt uns mit Sicherheit. So schnell sind wir nicht. Lauf, lauf. Alter, das war knapp. Wir haben's. Was machst du dann nach? Lasst dich überraschen. Lasst euch überraschen. Schon kann nichts geschehen. Es geht ja weiter mit Horror. Wir sind ja heute im Halloween Horror Special. In der LPLS. Huuuuhu. So. Oh. Alter, wie weit wir fliegen, ne? Ist ja unglaublich. One more. Aua. 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 Ich will aber nicht hier hängen. Hier sind mal Käsefüße. Geh weg. Geh weg. Lass mich. Lass mich. Lass mich. Kannst du mal was machen, was die Zuschauer, wo die Zuschauer mitspielen können? Äh. Ja, aber nicht heute. Ciao. Tschau. Guten Lirika, ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jeden Freitag, den Samstag. Ab 20 Uhr gibt's die LPLS. Heute Halloween Horror Special. Gott sei Dank. Meine Güte. So, erst mal weg hier. So, wir haben's. La, 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 la. Ja, wir haben's. Hopp spielen und DLC durch. In zwei Stunden. Das passt auch. Das ist doch super. DLC haben wir sogar weniger gebraucht in eine Stunde, ne? Wenn ich jetzt mal so auf die Uhr gucke. 21.53 Uhr. Wir sind ja noch ein bisschen jetzt hier bei. Unter einer Stunde haben wir das, glaube ich, geschafft. Weil um 21.08 Uhr, glaube ich, haben wir angefangen mit dem DLC, ne? Ja. Ja. Doch, müsste eine Stunde dann gleich sein eigentlich. Das kommt noch ein bisschen Dings. Was ist mit dem Humpeln? Achtung. Man achte mal genau. Apropos Humpeln. Gut, dass du mich dran erinnerst. Das ist mein Ladebildschirm. Er ist ja immer noch im Humpeln. Ne? So. So. Und er humpelt immer noch. Und er humpelt immer noch. Ne? Und wir humpeln und humpeln und humpeln und humpeln. Genau. Weil er auf ihn auch zugefallen ist. So. Er humpelt immer noch. Er humpelt immer noch. Er humpelt immer noch. Und jetzt auf einmal. Und jetzt auf einmal humpelt er nicht mehr. Warum? Warum kann er jetzt auf einmal wieder rennen? Was ist da passiert in den letzten zwei Millisekunden? Zwischen dem Gang da hinten und hier kann er auf einmal wieder rennen. Was ist da passiert? Wieso? Wieso kann er jetzt auf einmal wieder rennen? Ohne dass er humpelt. Ah, na, na. Er rennt so, als wäre nie was gewesen gewesen. Ich habe keine Ahnung warum. Warum? So. Er hat sich erholt. Weiß ich. Ich glaube nicht. Hallo? Ja, ja, ja. Aua. Du kleiner Mist, Sack. Man weiß es nicht, was da passiert ist. Ui. Ekelhaft. Diese Marmeladensauce. So. Ja komm, steh auf. Wir haben doch keine Zeit, Mann. So. So. Wir sind draußen. Wir haben's. Halle. Du dimm. Du dimm. Du dimm. Du dimm. Wallrider wins. Fatality. Wie praktisch, dass beim Jeep aber auch die Tür offen ist und der Schlüssel steckt, ne? Und wenn wir beim Hauptspiel den Schlüssel eigentlich stecken lassen, ist mir noch gar nicht aufgefallen. Nie wieder Mount Massiff. Endlich. Muss ja. Guck mal, wer da steht. Guck mal, wer da steht. Will der neue Wallrider, also diesen Reporter, ihn eigentlich umbringen? Ich weiß es nicht. Entschuldigung. Ja. Ja, ist es. Ja, ist es. Ja, ist es. Ist es. Drück den Knopf. Das war's. Wir haben's. Yay. So. Das war Outlast. Jetzt hier geht es weiter um 22 Uhr mit einem weiteren Horrorspiel. Lasst euch überraschen. Wir sehen uns jetzt gleich wieder. Und ich hoffe, ihr bleibt dran. Jetzt hier im Halloween Horror Special. Und, ähm, ja, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß jetzt hier bei Outlast. Wie gesagt, jetzt geht's gleich weiter. Lasst euch mal schauen, was als nächstes kommt. Und, ähm, ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Also, bis gleich. Und, ähm, ja, dann sehen wir uns gleich. Und, ähm, ja, dann sehen wir uns mal wieder. Und, ähm, ja. Und, ähm, ja, dann sehen wir uns gleich. Vielen Dank.